Wer mal mit seinen Eltern in Urlaub fährt. Papa, wann sind wir da? Wir sind da, wenn wir angekommen sind. Ja, und wie lange dauert das noch? Das dauert noch ein paar Stunden, mein Schatz. Papa, wann sind wir da? Lukas, es dauert noch. Ja, ist ja gut. Papa, wann sind wir da? Lukas, wir sind da, wenn wir angekommen sind. Ich habe aber keinen Bock mehr. Dann mal was, schlaf was, keine Ahnung. Papa? Lukas, noch einmal diese Frage und ich lasse dich an der nächsten Raststätte raus, da kannst du zu Fuß nach Hause gehen. Beruhig dich mal wieder und guck nach vorne. Ich glaube, ich spinne. 6,5 Stunden später. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ey, warte mal, wir sind gleich zu Hause. Ich muss nur so tun, als wenn ich schlafe, damit mein Vater mich reinträgt. Endlich angekommen. Es hat jetzt auch lang genug gedauert. Ach, schau mal, der Kleine ist am Schlafen. Trägst du den bitte rein? Ich trage den jetzt ganz sicherlich nicht noch hoch. Wieso das denn nicht? Na hör mal, der ging mir jetzt 7 Stunden lang am Stück auf die Eier. Der schläft. Dann trage ich den doch jetzt nicht als Belohnung noch nach oben. Du trägst den jetzt ein, sonst haben wir beide ein Problem. Es ist keine Widerrede. Na gut. Du trägst den jetzt ein, sonst haben wir beide ein, sonst haben wir beide ein, sonst haben wir beide ein. Und dann, wenn wir beide ein, sonst haben wir beide ein, sonst haben wir beide ein.